Ja Wüste muss da irgendwo ne Stadt sein normalerweise hat auch abgehakt ich hab's abwüste gehört war zensiert das normal gehört das hast du bei mir letzt mal auch gesagt und dann war mein sound hinter die ganze zeit wunderbar nicht dass vielleicht bei mir an bei mir daran irgendwie keine ahnung ich höre das auf jeden fall zwischendurch immer ziemlich abgehakt da vorne fängt schneewald an wird matthias er aufwitze zu machen es ist der e-worte von dem wir reden matthias und da willst du ihm ans leder die hühner kloppe ich auch bei oben da die hühner kloppe ich auch bei oben da wo ist das schwert treibt ihr denn da in der wüste rum kaspern glaub ich geh gleich wieder zurück bitte leder und enderperlen mitbringen danke perle kriegst du nicht warum die brauchen wir doch später brauchst du genauso wie ich außer du willst hier keine endertruhe machen wie macht man denn auf der perle in der auge mit ironstoff na gut marcus den musst du natürlich erst mal kriegen ja du genauso spätestens da brauchst du mich wieder ja da müssen wir aber definitiv vorher wieder ein paar schneebälle farmen ne die bringen nix die haben letztes mal absolut nix gebracht aber wir haben ja zum glück diesmal die hühner farmen schneebälle ja wenn du die lohn mit schneebälle bewirfst das ist scheiße da brauchst du 80 stück für eine aber unser problem war dass wir letztes mal nicht genug pfeile hatten aber die haben wir ja jetzt wenn wir genug gravel kriegen verzauber doch einen bogen mit unendlichkeit einfach ja mal eben so ja bevor du dir gleich eine schuppe verzauberst ja ne das bringt mir nix eigentlich glaub ich sinnvoller ja warum wir haben doch riesige hühner farmen kannst du hier mit eiern bewerfen oder was nein du hühner lassen wenn du die tötest lassen sie federn fallen und daraus bastelt jedoch die pfeile oder denkst du die wachsen aus der erde ja dann kannst du auch skelette killen einfach oder hä federn brauchst du doch ja wenn du skelette killst kriegst du auch pfeile oooh das ist so viel zu aufwendig aber jetzt nicht weg mal eben schnell durch die hühnerfarmen durchzufraggeln und dann mal eben ein paar dinger zu töten ja wie viele federn brauchst du denn brauchst du drei federn oder so nix ne 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 mit dem pfeil keine ahnung aber bei dings kannst du einfach rechte maustaste gedrückt halten bei schneebellen dann fliegen die doch einfach durch also mit den pfeilen ging es letztes mal deutlich einfacher die weizenernte ist fertig ach das ist ja das steinschwert haben wir hier noch drin nix hat er nicht aufgenommen auch nix druckmalz weg auch nix doch da das kann ich noch gebrauchen auch noch na der war doch ein ertragreicher drop was die kuh hat doch gerade ertragreich gedroppt wer die kuh was heißt ich hab jetzt fünf leder in der tasche na das ist gut stop 3 na das ist auch gut na ok die hühnerfarben ist echt schon ziemlich weit alter was kannst du einfach auskloppen was hat er schon wieder nix ich hab hier ein kleines feuerchen gemacht werde gemobbt so mal gucken ob wir jetzt hier alter diese scheiß melonen wachsen noch nicht von zwölf bis mittag oder melonas melonas oder muss ich da müssen ja irgendwie wasser haben oder sowas ja na das erklärt einiges seit ihr schon zu hause jetzt wieder si gib mir mal bitte das leder warte ich muss erst platz schaffen hier warte mal wir haben ein dschungeltempel gefunden weg mit der scheiß hier das verheilbar braucht kein mensch wo bist du nun? ja warte sofort eben schweine abschlachten ist der dschungeltempel weit weg oder was? warte ich sag dir sofort koordinaten na ich bin ja direkt noch in der äh ich bin ja schon wieder praktisch zu hause äh ich bin hier bei minus 893 plus 16 ja so weit ist er auch nicht so weit ist er auch nicht aufpassen oh hier sind 3 schalter hm bau die schalter einfach ab warum mach ich mir eigentlich die mühe ich hab einfach ein loch in der wand gehackt und äh wo einfach genommen ein bisschen noch ein bisschen noch ein bisschen noch irgendwann noch ein bisschen von dem Zuckerrohr hm wird irgendwann noch Zuckerrohr glaube ich guck gleich mal ja wäre gut gut boah boah ach man hm bin runtergefallen von was hilf ja nilf hilf hm hm aber so langsam jetzt ah der hat den Creeper in die Luft gejagt keiner was kein er tnt ja wo ja ich komme dann auch mal zurück ne hm ne berg gesprengt ja ich will hier so einen kleinen Kellerraum für ein Lager aushöhlen boah dass wir dann da mal ein bisschen Platz haben hm ach ich hab gerade die die Dier ne dort nicht dort nicht ach Mist oh noch mehr Kühe nice nice ja das Problem ist nur du bist ja nicht in der Nähe ne ja ich komme ja jetzt wieder zurück also so weit ist nicht mehr er braucht hier ja nur eben umkloppen da habe noch ein Stack Tropenholz in der Tasche du hast doch auch für viel gesammelt oder nicht ja aber ist gleich schon wieder weg so 8 Leder habe ich ja das schon mal gut wir brauchen nur ein bisschen Zuckerrohr dann müssen was gleich eigentlich fast schon haben aber ist doch egal ist doch egal wir müssen was gleich eigentlich fast schon haben eine zuckerrohr automatische zuckerrohrplantage machen aber die kannst du doch nur bauen zum absnacken zu pflanzen muss doch trotzdem noch selber oder aber wir haben ja noch was verstehen also nicht pflanzen weil die kloppen ja dann immer nur ach stimmt der kloppt er kloppt dann immer nur weg ist denn hier mein zuckerrohr da das reicht nicht reicht nicht baue ich mir eigentlich kein boot ich vollidiot man weiß es nicht man weiß es nicht ist irgendwo rumschwimmen ich komme zu dir markus am köpfen in das zuckerrohr geben was du hast bitte hinten ist wieder land wo bist du denn herr 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 wir kommen über dir da ja es reicht nein oh es geht um unser kind mit die lags ah hm ja da bin ich wieder ne da ist er wieder da ist das ding wo wohin ist er denn im boot angeschwommen hinter dein boot gib mir mal bitte wenn du hier bist lady Da ist da oben ne Mine drüber, nicht Mine. Steckt der Schlunzo? Das weiß ich nicht. Unsen. Ja warte, ich bin gleich da. Da. Räder wolltest du haben? Ne. Ne. Tag. Na hier baust du das hin. In deine casa der Huhn. Na das sollte schon mal ein bisschen was bringen jetzt. Wie mach ich denn immer so ne Fensterscheibe? Was ist denn glasklötzen alles voll oder was? Ne zwei oder so. Zwei rein. Voll. Ahja. Hat wer Hunger auf Brathähnchen? Das Steak? Ja ich hab noch, jetzt momentan hab ich noch genug zu essen hier in der Tasche. Wieso wolltest du in den Ohren springen? Ne ich hab 34 mal Hühnchen, 21 Steaks und 19 kleine Steaks. Das ist ein Witzball. Ein königlicher Scherz mein Freund. Ein königlicher Scherz. Ja. Was haben wir gelacht? Was ist ein Scherz? Matthias. Ich glaub das können wir nicht hochladen wenn du so weiter rum stehnst. Jugendgefährdend. Die ganze Aufnahme ist einfach nur eine Zusammenreihung Matthias Witze. Mehr ist das nicht. Ah mal zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Okay. Zählen also noch zwei Bücher. War das grad ne Aussage oder war das einfach nur ein Geräusch? Na so. Ahhhh. Digger, der. Ach Mist, es fehlt immer was. Das ist doch scheiße. Muss die Kühe nochmal schlachten gehen. Haben wir denn noch genug? Keine Ahnung. Ne. Wir brauchen noch fünf Kühe. Also beziehungsweise fünf Leder noch. Also wir werden so viel feiliger für den Nether haben. Echt? Ich fütere ja die Kühe immer regelmäßig. Na gut. Keine Ahnung. Ich fütere ja die Kühe immer. Der Raum sollte eigentlich gleich groß genug sein, dass wir da ein paar Sachen reinstellen könnten. Muss doch jetzt reichen für den Scheiß-Tisch hier. Parallel-Tisch! Oh nein! Hast du einen Creeper gefunden? Was hast du alles gefunden? Der stand direkt neben dem Gehege von den Viechern hier. Das darf nicht mehr sein, ey. Ist es gerade Nacht oder was? Nee. Nee, es ist Tachell. Mit einem Tag! Na, Glück im Unglück. Hat nur ein paar Hühner zerrissen. Die jetzt hier frei rumlaufen. Was soll's. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal das Gebäude hier nur in die Höhe bauen und statt irgendwie großartig eine riesen Fläche. Was soll, jetzt sind halt ein paar Hühner weg. Was soll's! Das Oberhuhn ist ja noch da. Um jetzt mal einen Wilds-Wortwitz anzuknüpfen. Wild welchen Level bist du mittlerweile? Nuevo. Nuevo? Also ein neuer Level? Top! Nein. Nein, neun. Nuevo. Nicht mehr lange. Was? Ich schwöre dir, wenn du mich schon wieder sprengst, ne? Und schon, von, schon wieder kann keine Rede sein. Hm, dieser Junge. Ach, das ist scheiße alles. Alter, so verficken. Brauchen die Melonen noch was außer Wasser und Licht? Die wachsen nicht. Was dauert auch ein bisschen, bis die wachsen. Ey, Wilde, hast du Zuckerrohr für mich, bitte? Hm? Hast du bitte Zuckerrohr? Nee. Oh, gar nichts? Null? Ist eben flöten gegangen. Oh, Alter. Kann doch nicht wahr sein, oder? Ja. Haben wir genug Zeug und keine... kein Zuckerrohr. Geh mal was suchen. Ey, Markus, hast du noch, äh, diese... von diesen... Schleimviechern da? 18 Stück. Einen über? Wo bist'n? Hör mir rum, die liegen ja in der Truhe hier. Echt? Wo? In der oberen, glaub ich. Ne, ne. Am Portal, die. Oh, der hat sich schon... Ach, da hast du dir das ganze Zeug von dir schon alles in deine eigenen Truhe gepackt? Ich brauch auch nur einen. Oder was? Hm? Ja. Hast du dir das ganze Zeug schon in deine eigenen Truhen getan? Ich hab mir... bisschen was gesnackelt. Wahrscheinlich alle... du hast dir wahrscheinlich alle 18 Slimes gesnackt, ne? Seh. Ja, weil ihr normalerweise... Also du und Bild normalerweise damit nix baut. Hm... vielleicht, mir mag er auch später. Hier ist noch eine Kuh, Bro, noch eine Leder? Ne, ist noch mal gar noch. Dann mit Hütte. Ah, bitte sag mir, dass ich jetzt endlich mal genug... Papier hier hab für... Na, immer noch nicht. Was für Zuckerei brauchste? Ja, 7 oder so. Zuckerei. Drei. Jetzt nix schon mal drei. Du kannst den Tischer wegen mir hinterher auch mit benutzen. Ja, ich such mal... Vorausgesetzt, du schaffst es mal so weit zu überleben, dass du nicht immer... Dass es sich auch lohnt, den zu benutzen. Verarsch ihn doch nicht immer. Ja. Ja, ist schon dreimal gestorben. Was passiert? Ja, am Anfang. Ja. Wenn man läuft, dann geht das ja auch. Scheiß drauf, ich hab unsere Zuckerrohrfarbe jetzt einfach ein bisschen verkleinert. Verkleinert? Ja, einfach ein bisschen weggemacht von dem Scheiß. Damit ich jetzt hier mal zur Potte komme. So... Das wollte ich pflanze. Ah, die ist ne riesen Wüste. Ich weiß nicht, was du mit deinen Melonen machst, meine sind gewachsen. Vielleicht liegt es daran, dass ich die... Indoor gebaut hab, quasi. Ja, bisschen Licht brauchen sie schon, ne? Ich hab Packern rum umgebaut. Vielleicht reicht das Lichtlevel auch einfach nicht. Ja, funktioniert. Top. Fuck. Was ist der? Verzauberungstisch oder was? Oder was? Oder was? Oder we oder what? Oder what? Dann wollen wir mal sofort testen und uns mal ne Hacke verzaubern hier. Ne Hacke? Genau, mach dir bitte eine Diamanthacke. Ah, Effizienz 4, naja. Egal. Könnte zumindest... Wer nimmt eigentlich gerade auf? Nee, nicht mehr. Markus. Aber ich muss gleich auch aufhören. Warum? Woll ich morgen arbeiten. Ja, dann lass noch bis halb. Ja. Und mal eine coole neue Tür fertig zu kriegen. Wann musst du denn dann loslegen morgen? Äh, halb 8. Und wie lange musst du machen? Äh, 3 Uhr. Wie viele Tage machst du denn da in der Woche? 3. Ah, hab ich mich schon wieder verlaufen. Das gibt's doch nicht. Oh ja, da wollte ich hin. Genau, 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 genau. Komm, 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 krieg's ziehen. Putt, 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 putt putt. Putt, 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 putt. Bam! Wass ich hab' keinen Eisen mit. mit der spitzhacke klickt man das so an wie im creation im kreativ modus hier muss ich mir mal meine hacke mal reparieren warum runter gar nicht oder ja beziehungsweise neue machen wie geil das ist wenn man kohle mal braucht dann findet man sie nicht ja du weißt doch wie das ist ja scheiße ist das hat eine riesige mieten riesige schlucht alter altobelie hat er ist die riesig so so